hallo ihr lieben wir haben ein ganz besonderes angebot was ich euch hiermit vorstellen will und zwar geht es um die college of evangelism oder die schule für evangelisten ein guter freund von mir fabian lößlein hat ein dresen projekt gegründet ihr könnt lesen bei www.dresenprojekt.de und die machen ein sechsmonatige schule für evangelisten es beginnt am dritten dezember diesen jahres 2021 und geht sechs monate und wir laden euch ein dass ihr dabei seid dass wenn du erleben willst wie evangelisation live geschieht und wie evangelisation laut bibel geschieht bist du herzlich eingeladen dabei zu sein es wird praxis und auch theorie sein ihr werdet verschiedene dinge lernen dort in der theorie und auch praxis es bedeutet wie evangelisiert man wie bett man für die kranken wie treibt man dämonen aus und es wird ein teil dieser schule sein ich lade dich ein dass du dabei bist maria prähan und ich wir werden auch ein wochenende dabei sein und wir werden auch dort lehren das wird ende januar sein ich lade ich ein diese sache wird jeden zweiten zweites wochenende sein es wird nebenberuflich sein du kannst also weiter arbeiten und jedes zweite wochenende dann in eschenburg in dresen projekt dabei sein entweder live oder wenn du weiter weg bist person gar kein problem und ich lade dich ein dass du diese 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 chance ergreifst und dass du dabei bist beim beim college of evangelism ich segne dich von ganzem herzen und vergiss niemals du bist höchst begünstigt tief geliebt und mächtig gesegnet